Hi Leute und willkommen zurück bei Assassin's Creed Rogue Ja, in der letzten Mission haben wir ein paar Aussichtspunkte geholt Und so ein englisches Vorhang mal ein bisschen geplündert Und jetzt wollen wir mal gucken, wie es weitergeht mit der Liebkosung aus Stahl Oh 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 Sagst du nichts, bringt er dich um Sie sind im Herrenhaus Dem mit den Gärten Gehen wir? Na sicher, ich folge ihn Hatham Kennaway Sohn von Edward Kennaway Schmetzen Unser Einsatz war ein Erfolg Die Armee könnte jetzt jederzeit aktiv werden Gut, uns fehlen die Männer in New York, um uns um die Banditen zu kümmern Mit ein wenig Glück sind wir sie jetzt endgültig los Ich mache mir mein Glück Jetzt lasst uns der Schlange den Kopf abschlagen Jawohl, ja Wird gemacht, ne? Dann wollen wir mal gucken, wie wir hier reinkommen Lalalala, bestimmt nicht durch den Haupteingang Vielleicht kriege ich wieder irgendwo ein Dolch in den Was haben wir denn hier? Nichts, nichts Spinnt ihr? Ich will euch doch nur töten Na dann halt das auf siegen hat, ne? Alter, der hat mich in der Luft abgeschossen Das gibt jetzt erstmal Ärger, aber zwar so richtig Schießen Wuhuhu Wollt du dich erstmal weg hier? Erstmal schnell weg Ja, das hältst du wohl gerne, du blöde Troller aus dem Nichts Klocken Und jawohl, den letzten auch noch Ja, schön in slowmo, ordentlich alle erstmal reingebrettet Und dann den Stahl durch die Kehle So wollen wir das doch sehen Ja, haha Okay, sind wir aber erstmal drin Ist zwar nicht auf dem Weg, den man nehmen wollte Aber das macht ja nichts So Dann Ich würde sagen, durch die Haupteingangstür können wir wohl nicht Dann nehmen wir meinen Assassinenweg Nach oben Schauen uns mal, was uns da erwartet Vorläufig gar nichts Aber irgendwo ist schon wieder so eine Troller im Gebüsch Oder am Heuhaufen Ich würde sagen, ich setze einfach mal einen dazwischen Ja, kommt so raus Versteckt sich, naja Sollen sie machen Das ist mich Wumpe Okay, weiter Keine Wachen auf dem Dach Wir haben alles, was wir brauchen Nun Erwartet mich der Chevalier Hop Bon voyage Liam Haha Au Nicht nett Es wurde auch Zeit Ja, das ist so Ende Ihr wart ein braver Burschen Okay Dann müssen wir wohl mal hier rauskommen Machen wir, machen wir Überhaupt kein Problem Das Problem wird er mit ihm keinen Schaden bekommen Aber raus kommen wir hier Habe ich überhaupt keine Bedenken Schauen wir mal Wo geht's denn lang Da nicht Hier auch nicht Da geht's lang Na, herzlichen Glückwunsch Okay, nach links, nach links Hier nicht Hoch Okay, wo weiter Wo weiter Ah ja, hier unten Weiter, weiter, weiter Hoch, hoch, hoch Tada Kein Schaden Ihr habt weit mehr Ausdauer als erwartet Er hat mich ja vergiftet Was ist das? Gift Das ist doch olle Truller Ich muss weg hier Na, das ist ja toll Tief bleiben, sonst soll das Herz aufgeschlagen Da freue ich mich aber Dass ich sonst sterbe Das ist fies Naja Will sowieso eigentlich nicht hinter ihr her Tief bleiben Sonst hört das Herz aufzuschlagen Da freue ich mich ja Kann ich von hier Das soll nicht in Kämpfe verrichten lassen Nein, hast du nicht So ein Maul Wer sind denn hier noch? Das sind ein paar viele auf jeden Fall Gut, 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 gut Noch sind wir im Rennen Ich würde sagen Das geht nicht mehr ganz durch Mit nicht in Kämpfe verwickeln lassen Aber aktiv sind wir Das mal definitiv Und das soll man machen Ohne in Kämpfe verwickelt zu werden Das ist echt heavy Na gut, selbst mit Kämpfen Ist das schon ziemlich schwer Ich würde sagen Das wird so nicht laufen Wie ich mir das gerade vorstelle Ja Wo ist denn Hope? Auch da hinten irgendwo Ja, dann halt die Straight Edge Variante Irgendwo hier oben ist sie Und da willst du auch Erstmal weiterlaufen Wahrscheinlich Also laufen wir Erstmal unten weiter Och, oder ob du speichern Ich weiß gar nicht Was du schon gerade Schon wieder zu speichern hast Das ist doch Vollkommen ätzend Hallo Hope Ähm Shay, bewegst du Deinen fetten Hintern Man, gefälligst Unglaublich Och, echt jetzt Dieses ewige speichern Das kann ja nicht nur Ein Problem an meiner PS sein, oder? Das ist doch eigentlich Und wie viel Giftbomb hat die denn? Meine Fresse Und Shay ist gerade auch nicht In Popform Was soll das nur werden Hier mit dieser Aktion? Das einzig Gute Was hier gerade Alter Das einzig Gute Was wirklich gerade ist Dass wir jetzt auf einer anderen Höhe sind Das heißt, die Giftbomb Können uns vorläufig nicht treffen So, jetzt muss ich aber runter Hier Och, Shay Shay Was machst du denn? Ich kriege echt zu viel Äh, das ist doch Das ist doch echt Nicht ein Stück lustig Ist das? Nein, ist es nicht Nein, ist es nicht Nein, ist es nicht Jetzt küsse doch Ja, scheiße Er macht doch echt gar nichts Ne? Das ist doch lächerlich Das ist doch so was von lächerlich Ich mein, da kann ich hier Quadrat smashen Wie ich will Er schlägt einfach nicht zu Direkt neben ihr Direkt vor ihr Nicht Nee Und langsam bin ich auch ein bisschen Piss von dieser ganzen Kacke So gehe ich halt hier nebendurch Genau, so war das Nee, ich gehe unten lang Kannst vergessen Dass ich da direkt hinterher folge Natürlich Du musst wieder zwischenspeichern War ja auch so viel Was ihr jetzt zu speichern Hast Ja Wenn ich hier rumspringe Kannst mich eh nicht fassen Genau, speichern mal ne Runde Nein Ich raste wirklich gleich aus So, irgendwo hier kommt sie nämlich gleich runter Und jetzt bin ich hier erstmal schön In der Sackgasse gelandet Geil Bleiben sie aktiv Aber wie viel aktiver soll ich denn noch werden? Hopp, schnell Oh, hallo Hast du wohl auf zu rüssen? Echt mal, Shay Du bist Gerade ne reine Trantröte Töte, töte, töte Ich kriege gerade echt ein bisschen zu viel von dir Jetzt töte sie doch Töten, töten Töten Was ist denn das? Echt, ich stand direkt hinter ihr Ist doch lächerlich Na gut, alle guten Dinge sind drei Jetzt wird's klappen Ist doch echt Scheiße Die hat mich überhaupt nicht gesehen Sie stand da Ich war hinter ihr Und er hat nichts gemacht So, du verfolgst mich Dann töte ich dich jetzt Erstmal hier Das erste So, Deck und brechen Ja, ja Ich lauf ja schon Find ich auch noch sowas wie Komm, aufstehen Aufstehen So, 35 Meter Ähm, ich würde jetzt auch gerne mal sowas Wie ne Rauchbombe Werfen Was soll Dieses Spiel macht mich echt gerade fertig Was soll denn der Scheiß Er speichert die ganze Zeit Dann, wenn du hinter ihr stehst Tötet sie Er sie nicht Boah, ich kann schon gar nicht mehr reden So regt mich das gerade auf Meine Fresse So, jetzt habe ich schon mal Bomben geladen Irgendwas Totes siehst du auf jeden Fall So, jetzt verfolgt mich erst mal keiner Jetzt kann mich nur noch das Speichersymbol hindern Und das hindert mich wirklich effektiv Falls einer von euch das LP sieht Und mir sagen kann Wie man dieses Speicherproblem Aus dem Weg räumen kann Bitte sagen Bitte sagen Also das ist echt Genau Da geht sie jetzt erstmal lang Hier kommt sie gleich irgendwo runter So, genau Hier müsst ihr jetzt runterkommen Oder Ne, da springt sie noch Da springt sie runter Genau Meine Fresse So, das hast du verdient Das hat keiner verstanden Was ich gerade gesagt habe Meine Güte Ihr seid spät Schon wieder Shane Hope Ich wollte das nicht tun Ich trainierte euch dafür Ich habe es nicht anders erwartet Warum? Um Liam Zeit zu geben Bald ist der Chevalier auf dem Weg zur Vorläuferstätte Ich werde ihn aufhalten Er wird dich erwarten Schade Er hatet so viel Potenzial Gut Haben wir es tatsächlich noch geschafft Ah, meine Fresse Das regt mich aber noch auf Was? Was ist so richtig? Meine Güte Gut Eine Hoffnung weniger Und Was ich jetzt noch machen möchte Ist Mir irgendeinen Laden suchen Upgrades für Shay Wo sind wir denn da? Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Da Na Das ist dann Upgrades für Schiff Genau, Hafenmeister Genau, ich gehe nochmal zum Gemischtwaren Ne Wollt ihr denn alle von mir? Na komm her Deckung brechen Und töten Eine Aktion Deckung brechen und töten Auf dem Weg zum Gemischtwarenladen So Weiter geht's Weiter geht's Noch 90 Meter Keine Bürger retten Das kann ich sowieso nicht Da sterben sie trotzdem wieder alle Wir haben hier ein bisschen Geld mittlerweile auf dem Konto Das heißt Wir können uns für die finalen Mission Nochmal ein besseres Schwertgehänge kaufen Würde ich sagen Und mal davon abgesehen Müssen wir sowieso hierher Weil wir mal Unsere Granaten etc. pp. aufstocken müssen Das geht ja schon gar nicht Weil es dauernd leer ist Kaufen Good day to you sir Good day to you too Kann man hier nicht einfach alles nachfüllen oder sowas? Jagdbeute kaufen Nein Natur, Munition Jaja Kugeln Schlafpfeile Ja, ist ja gut Auffüllen Berserkerpfeile Kann man hier nicht einfach alles? Rauchbomben Splittergranaten Die sind etwas teurer Aber Sie haben sich natürlich gelohnt Berserkergranaten noch nachfüllen Schade bei SSS Creed Unity Da gibt es so eine Option Alles nachfüllen Das finde ich immer sehr schön Eigentlich Gut Aber das hätten wir jetzt auch geschafft Dann Schwerter und Dolchsätze Müssen wir mal gucken 25.000 haben wir Warum können wir das denn alles nicht nehmen? Ach, wird durchaus durch Renovierung freigeschaltet Durch Jagdmission Hm, das ist natürlich dumm Was haben wir? Okay Wir haben das Kuto-Schwert Kuto-Schwert Das ist schon ganz gut Was haben wir hier? Hm, die sind ja alle gar nicht so viel besser Der macht weniger Kombo Der kann ja schon Ja, den nehme ich aber trotzdem Hat Schaden 5 Und das ist ja eigentlich genau das Was ich jetzt gerade Wollte Können wir mal Pistolensätze gucken Da haben wir wirklich das Billige vom Billigen Für 7.000 Reichweite betäubender Schaden 1 Nee Gefällt mir alles nicht Gefällt mir alles nicht Na gut Dann soll's das gewesen sein Und das soll's auch erstmal von dieser Folge gewesen sein Ja, es ist nicht ganz so viel passiert Beziehungsweise es ist doch Es ist genug passiert Dieser blöde Böde Speichern Was auch hier immer noch aktiv ist Und ähm Shays Trantütigkeit Und irgendwie Konnt ich Hope nicht töten Jetzt hab ich sie getötet Gott sei Dank Noch ganz schön Ausrastern Und ich hoffe die nächste Folge Wird dann wieder besser Mit vielleicht weniger Speichern Weniger Ausrastern Und es geht alles ein bisschen schneller Aber ich hoffe Euch hat's dennoch ein bisschen gefallen Und wir sehen uns wieder In der nächsten Folge von Assassin's Creed Rogue Macht's gut Leute Tschüss 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 Tschüss